Ich begrüße Sie bei Melly S Immobilien. Mein Thema heute, was ist falsch, wenn ich drei oder mehrere Makler für eine Preiseinschätzung beauftrage? Der Ansatz, drei verschiedene Makler mit der Bewertung einer Immobilie zu beauftragen, mag auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen, um unterschiedliche Perspektiven zu erhalten. Es gibt jedoch einige Gründe, warum dies problematisch sein könnte. Erster uneinheitliche Bewertungsansätze Jeder Makler kann einen anderen Ansatz zur Bewertung einer Immobilie verwenden. Diese Ansätze können stark variieren, je nachdem, welche Faktoren der Makler als wichtig erachtet, zum Beispiel Lage, Zustand der Immobilie, Markttrends. Dadurch können die Ergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen, was für den Eigentümer oder Käufer verwirrend sein kann. Zweite Subjektivität der Bewertung Makler haben oft unterschiedliche Erfahrungen und Fachkenntnisse, die ihre Einschätzung beeinflussen können. Ein Makler könnte den Wert einer Immobilie höher einschätzen, weil er optimistischer in Bezug auf den Markt ist oder ein schnelleres Geschäft anstrebt, während ein anderer vorsichtiger kalkuliert. Diese Subjektivität kann zu großen Abweichungen führen. Dritter Interessenkonflikte Makler haben ein Eigeninteresse daran, den Verkauf einer Immobilie zu einem bestimmten Preis abzuschließen, da ihre Provision oft prozentual vom Verkaufspreis abhängt. Es besteht die Möglichkeit, dass ein Makler den Wert höher ansetzt, um den Eigentümer zu gewinnen, oder niedriger, um einen schnellen Verkauf zu erzielen. Vierter Unterschiedliche Zielgruppen Verschiedene Makler können unterschiedliche Zielgruppen und Netzwerke haben, was ihre Preisbewertung beeinflusst. Ein Makler, der beispielsweise auf Luxusimmobilien spezialisiert ist, könnte einen höheren Preis für eine Immobilie ansetzen als ein Makler, der sich auf den durchschnittlichen Wohnungsmarkt konzentriert. Fünfter Keine rechtliche Verbindlichkeit Anders als ein gerichtlich bestellter Gutachter sind Maklerbewertungen nicht rechtsverbindlich und können im Fall von Streitigkeiten oder gerichtlichen Auseinandersetzungen nicht als offizielles Beweismittel verwendet werden. Alternative Ansätze Statt drei verschiedene Makler zu beauftragen, könnte man erwägen Einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen, der eine objektive Bewertung ohne Eigeninteressen vornimmt Ein professionelles Immobiliengutachten anfertigen zu lassen, das rechtlich bindender und genauer ist als mehrere Maklermeinungen. Marktvergleichsdaten zu verwenden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Durch diese Alternativen erhält man eine verlässlichere und objektivere Einschätzung des Immobilienwerts. Ich freue mich auf Ihre Besuch bei www.meliesimmobilien.de www.meliesimmobilien.de